Stürmisch wie das Leben selbst, durchglüht von der Leidenschaft eines jungen, aufbegehrenden Herzens, vollendet sich ein ergreifendes Mädchenschicksal in dem meisterlichen Filmwerk Die Goldene Stadt. Eine Elite deutscher Schauspieler von Rang und Namen wirken mit. Eugen Klöpfer, der unvergessene Menschendarsteller. Anni Rosar, international vielfach ausgezeichnet. Rudolf Prack, Kurt Meisel, Paul Klinger und in der besten Rolle ihres Lebens, Christina Söderbaum. Oh Thomas! Oh weh, ich hab dich schon wieder treten. War nicht böse gemein. Nein, ich kann nicht so besser. Aber es wird noch Lärm, das kann sie. Ja, prima. Ich glaub ich hab zwei linke Füße. Jetzt sind schlauer anfangen müssen. Toni, wie sprichst du denn auf einmal? Machst mir noch Vorwürfe? Abuschka, ich bin noch einstig kurz. Aber du stehst nicht in die Leid, Abuschka. Toni! Ah, Toni! Versindige dich nicht. Du versindigst dich ja, du. Eine Kostbarkeit unvergänglicher Filmkunst erwartet sie. Noh, Gott. Untertitelung. BR 2018